Ja, hi, ich bin's, der Olli. Ja, heute gibt's mal ein Video, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, was ein bisschen aus der Reihe fällt, denn ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, es gibt jetzt hier ein Videospiel-Roman, den ich selbst geschrieben habe. Ja, das Ganze ist schon zehn Jahre her. Also keine Sorge, ihr kriegt jetzt nur einen kleinen Ausschnitt, also quasi den Anfang, geht so ungefähr 15 Minuten. Könnt ihr auch als Hörbuch quasi benutzen. Ich habe aber ein paar Bilder dazu gemacht und zwar, ja, ich erzähle jetzt noch mal ganz kurz was dazu. Ich habe das ganze Ding vor zehn Jahren geschrieben, also genau vor zehn Jahren, 2010. Damals war ich mit meiner jetzigen Frau in den Alpen im Urlaub, hatte damals noch keine Kinder natürlich und ja, da kam mir die Idee, mal einen Roman zu schreiben. Ich habe vorher schon Romane geschrieben, auch überwiegend, aber eigentlich so eher Gedicht, Bände und so weiter. Ja, und da hatte ich halt die Idee, einen Roman zu schreiben. Ja, und wie jeder gute Roman, ich hoffe, er ist gut, ist der natürlich stark autobiografisch halt auch geschrieben. Ja, mehr gibt's eigentlich da gar nicht zu sagen. Es ist halt ein sehr persönliches Ding und ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn es euch gefällt, dann gibt's ja auch gerne einen zweiten und dritten Teil, aber hört euch das erstmal an vielleicht, lasst euch ein bisschen berieseln und ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und schreibt mir mal in die Kommentare, das würde mir, ja, würde mir sehr viel bringen, wenn ihr mal dazu was schreibt, irgendwie wie ihr das so findet oder ob das alles eine blöde Idee war oder wie auch immer. Macht's gut, ciao und jetzt viel Spaß. Am Abgrund schreien die Löwen Von Oliver Ebel Kapitel 1 Die abgeschnittene Kralle rutschte von der Klinge herab. Das Grauen in Form eines Drachens war verletzt, aber längst noch nicht tot. Nun war er fort, geflüchtet in die Irrgänge jenes Höhenlabyrinths, von dem er einst kam. Der schwarze Drache hatte keinen Namen. Er war nur da, um Arturo zu töten und Arturo kannte weder sein Ziel noch seine Bestimmung. Er wußte nur, dass er dem Drachen folgen und ihn überleben mußte. Es war ein ungleicher Kampf, aber dieses Mal hatte Arturo ihn versehrt. Eine Verwundung, von dem sich der Drache so schnell nicht erholen würde. Doch die Vergeltung dafür war ihm bewusst und sie würde schon bald kommen. Arturo drehte sich um und erwartete die Gehilfen des Drachens. Sobald ihr Herr das Feld verließ, strülten sie aus der Tiefe. Ihre Häute waren mit Moos und rostigen Stahlklingen verwachsen. Seine Zeit war um. Arturo ließ das Schwert fallen, und in nur wenigen Augenblicken verzerrten sie ihn, wobei sie sein Haar und die Nägel verschmähten. Der Bildschirm verdunkelte sich und nur ein Schriftzug erschien. Ihr seid gestorben, mein Lord. Kapitel 2 George Chandler schritt auf den Balkon. Seine Frau ritt auf einen scheinbar lustlosen Pferd ihre Bahn. Es war nicht ihr Pferd, es war nicht sein Balkon. Sie waren zusammen in die Berge in den Urlaub gefahren. Seit knapp einer Woche waren sie jetzt hier. Es regnete in den ersten vier Tagen ohne Unterbrechung. Heute war der erste Tag, an dem es nur bedeckt war. Aber es war immer noch kühl, trotz des Hochsommers. Sie winkte herüber und rief etwas. Er sah sie, doch er hörte sie nicht. In seinen Ohren rauschte es. Für einen Moment war sein Horizont begrenzt. Seine Hände schwitzten und das Hemd klebte nasskalt am Rücken. George legte den Controller beiseite und nahm seine Brille ab. Er genoss es wie so oft, wenn alles um ihn herum verschwam und zu einem einzigen Farbrausch verschmolz. Er war dann abgeschottet und allein in seinem Universum. Er war dann erneut zehn Jahre alt und nur zu einem Teil auf dieser Welt. Der andere war längst nicht mehr irdisch. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber man kann sich zurückleben, zumindest manchmal, wenn man genügend Fantasie besaß. Über diese verfügte er, doch sie aktiv zu nutzen hatte er längst aufgegeben. Früher einmal, das schrieb er und eine Zeit lang übte er sich in Musik, aber dafür reichte sein Talent nicht aus. Das einzige, was ihm blieb, war hin und wieder mal ein schneller poetischer Blitz im Kopf, der zwar irgendwo notiert wurde, jedoch schon bald wieder in einem der vielen Ordner seines PCs verschwand. Jetzt konzentrierte er sich nur noch auf dieses eine Spiel. Er besaß auch vor vielen Jahren schon Videospiele, war gewissermaßen ein Pionier auf diesem Gebiet, doch als junger Mann vernachlässigte er dieses Hobby. Er suchte lange nach einem passenden Beruf und nach der richtigen Frau und fand nach einigen herum experimentieren schließlich beides. Nun hatte er wieder genügend Zeit, sich seiner Leidenschaft zu widmen. Elisabeth winkte erneut herüber. Er hob müde die Hand. Er dachte an das viele Geld, welches sie mühsam angespart hatten, um hier ihren Urlaub verbringen zu können. George war nicht gerade begeistert von der Idee, nach Europa zu reisen gewesen. Es war nicht das erste Mal, dass sie in der alten Welt waren. Beide waren seit jeher kurz begeistert und Elisabeth interessierte sich genauso wie er für Geschichte und Kultur. Er mochte diese Reisen zu den uralten Städten, in denen sie immer wieder etwas Neues entdeckten. Für Natur und Berge hatte er jedoch nur wenig übrig. Außerdem hätten sie auch beides in den Staaten haben können. Doch Elisabeth bestand darauf, endlich einmal ihre letzten verbliebenen Verwandten besuchen zu können. Alfred und Maria waren ihre Großeltern mütterlicherseits. Sie lebten in einer deutschen Kleinstadt namens Füssen, unweit der Alpen. Allerdings waren sie selbst gerade im Italienurlaub und würden erst Anfang nächster Woche zurückkommen. Das war von Anfang an so abgesprochen. So hatten er und Elisabeth eine Woche Zeit für sich. Sie buchten ein Vier-Sterne-Hotel inmitten der Berge, nahe der Grenze zu Österreich. Es war ein Wellness-Hotel und bot zahlreiche sportliche Aktivitäten und mehrere Saunen an. Darüber hinaus gab es jeden Abend hochwertige Biokost. Das Wetter war allerdings vom ersten an Tag miserabel, für Ausflüge und Trekking-Touren denkbar ungeeignet. So verbrachte George die meiste Zeit auf dem Zimmer. Er schaltete sein Laptop an und startete das Spiel, während Elisabeth las oder in die Sauna ging. Tag 5 neigte sich dem Ende zu. Für einen Moment dachte er daran, noch einmal den Laptop anzuschalten. Doch es lohnte sich zeitlich nicht mehr. Es war vorbei. Für heute hatte er genug. Natürlich war das gelogen. Der schwarze Drache würde ihn auch noch am Abend beim Essen beschäftigen, während Elisabeth mit sich selbst unterhielt. Eine neue Taktik, eine neue Herangehensweise, um den Drachen zu töten, würde seine Aufmerksamkeit wahrscheinlich stundenlang in Anspruch nehmen. Ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber hatte er nicht. Er wußte, sie würde ihm verzeihen, sollte er hinterher einige Details ihrer Erzählung nicht mehr genau wiedergeben können. Sie hatte für vieles Verständnis. Für seine Sturheit, seine Vergesslichkeit und seine Hobbys. Er hatte häufig den Kopf zu voll und konzentrierte sich auf für sie unwesentliche Dinge. Trotzdem war sie nie beleidigt oder gar wütend auf ihn. Das war ein Grund, warum er immer noch mit ihr zusammen war. George legte seine Kleidung über den Sessel und ging ins Bad. Als er unter der Dusche war, hörte er die Zimmertür. Betty? Ja, ich bin's. Sie öffnete die Badtür. Hey, alles klar bei dir? Ja, alles okay. Und bei dir? Ach, das Reiten war wunderbar. Solltest du auch mal versuchen. Ist es nicht so kalt gewesen? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es war genau richtig. So wird man sich wenigstens keinen Sonnenbrand. Hm. Und wie lief es bei dir? Lebt der alte Drochen noch? Ja, aber ich habe mehr gearbeitet als gespielt. Okay, bitte beeil dich, ich will auch noch unter die Dusche. Diese kleine Ausrede benutzte er häufig, um nicht allzu sehr wie ein verspielter Junge vor ihr dazustehen. Und tatsächlich hatte er noch vor der Abreise ein wenig Arbeit auf seinem Laptop kopiert. Allerdings noch nicht ein einziges Mal den Ordner mit der Aufschrift Job geöffnet. Obwohl er sich das immer fest vornahm, vor dem Spiel, wenigstens für eine halbe Stunde etwas zu tun. Die Sommer seiner Erinnerungen waren trocken und heiß. Die Zeiten damals, als sie noch gemeinsam duschten, waren längst vorbei. Wie so vieles. Er erinnerte sich daran, wie sie Hand in Hand die Maul hinauf zum Buckingham Palace schlenderten und wie sie in ihrem Sommerkleid in diesem herrlich altmodischen Karussell am Fuße des Montmartre fuhr. Das waren jetzt zwei, nein, drei Jahre her. Oder doch schon vier? Er wusste es nicht mehr genau und für ihn spielt es auch keine Rolle mehr. Zu der Zeit war er noch Schriftsteller, zumindest vom Kopf und vom Gefühl her. Tatsächlich hatte er in der Firma seines Vaters gearbeitet. Nun war Arturo und sie seine Frau. Der Zauber wich und anstelle dessen trat Routine. Es bildete sich eine Art vertraute Sicherheit. Doch er spürte, dass sie die romantischen Stunden vermisste. Nachdem George das Bad freigemacht hatte, holte er ein Videospielmagazin aus der Reisertusche vor und legte sich auf seine Betthälfte. Er laß einen Bericht über alte Videospielhelden. Sie waren früher in den Spielhallen und in den dunklen Ecken der Bars zu finden gewesen. Ihre Kleidung roch nach Zigarettenqualm und alten Frittierfett. Sie waren noch weit entfernt, Männer zu sein. Und doch suchten sie ihre Herausforderung. Ihre Hände schwitzten, wenn sie mit Tunnelblick auf die virtuellen Gegner starrten. Das wilde Tastengehämmer war auch noch am anderen Ende der Bar zu hören gewesen. Damals war man ein Held, wenn man mit nur wenigen Dollarmünzen den Highscore knackte und um einen herum die Freunde einen bewunderten und anfeuerten. Dafür wurde geschwitzt und gekämpft. Es gab noch keine Weltrangliste und keine E-Sports-Profis aus Asien. Heute war man nur ein fantasieloser Nickname im unendlichen Netz. Einer von Millionen. Unbedeutend und unerkannt. Ein Niemand auf der globalisierten Rangliste. Das war nicht mehr die Welt von George. Er dachte an die Zeit von damals und an die Männer, die weit vor ihm und eine lange Zeit vor dem Videospiel gelebt hatten. Echte Männer. Die Sorte Mann, die sich nicht fürchtete, weder vor Krieg noch vor Schmerz. Sie kannten das Leid. Sie waren die verlorene Generation. Er kam sich lächerlich vor bei dem Gedanken, dass seine einzige männliche Herausforderung darin bestand, einen rein virtuellen Drachen zu töten. Wahlweise ein Riesen, ein Alien oder auch eine ganze Armee von Soldaten. Je nach Lust und Laune. Nach etwa einer Stunde trat sie aus dem Bad. Sie war geschminkt, roch frisch und rein und sah umwerfend aus. Kommst du? Sie riß ihn aus seinen Überlegungen. Ja, einen Moment noch. Er strafte sich ein frisches Hemd über. Sie beobachtete ihn im Spiegel. Ich finde, wir sollten morgen mal wieder einen Ausflug machen. Hm. Ach komm schon, George. Wir waren jetzt vier Tage auf der Anlage. Ich finde, ein wenig Abwechslung könnte uns nicht schaden. Du meinst, wir könnten ein bisschen Bewegung tragen, ja? Du könntest wirklich ein bisschen Sport vertragen. Wir könnten zum Beispiel in den Isola besteigen. Ja, mal sehen, wenn das Wetter mitspielt. Das Wetter wird morgen schön. Gabor erzählte es mir vorhin. Ah, Gabor. Ist er jetzt auch noch Metrologe, oder was? Ah, du bist gemein. Ich glaube, dass er ein sehr kluger Mensch ist und hier eine auswilfsweise kellnert. Hm, kann schon sein. Vielleicht studiert er und verdient sich hier was dazu? Er scheint dich ja mächtig zu interessieren. Hey, bist du etwa eifersüchtig? Nicht die Spur. Sie stieß ihm in die Seite. Na, solltest du aber. Ich stehe nämlich auf Männer in Uniform. Na dann. Sag mal, wie hoch ist eigentlich dieser Iselda? Isela. So an die 2000 Meter. Aber wir könnten die ersten 1000 Meter mit der Seilbahn fahren und gehen dann den Rest halt zu Fuß? Du meinst wohl eher Erklimm. Nein. Im Reiseführer steht, dass die Strecke zwar anschlussvoll, aber durchaus auch für Anfänger und rüstige Senioren geeignet ist. War das jetzt gerade eine Anspielung? Hm. Ich meinte das mit den Senioren. Rüstige Senioren und ältere Kinder ab zwölf. Ach, vergiss das. Also gut. Sollte die Saison im Morgen scheinen, bin ich dabei. Schön. Hast du deine Tabletten? Er tippte sich auf seine Hemdtasche. Ja. Ist gut. Naja, lass uns gehen. Im Fahrstuhl begutachtete sie sich im Spiegel. Was glaubst du, was es heute zu essen gibt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder was aus dem Meer oder Tiere mit Flügeln. Er konnte beides nicht ausstehen. Schon ein bisschen eigenartig, dass so ein Hotel gerade mal zwei Gerichte zur Auswahl hatte, sagte er. Immerhin gibt es hier drei Gängemenüs. Und was können hier die Leute dafür, dass du so ein Kostverächter bist? Wäre es denn wirklich so schlimm, einmal was für Männer zu kochen? Ein einfaches Steak zum Beispiel oder ein Burger? Sie antwortete nicht und verdrehte die Augen. Wenig später nahm sie an einen ihnen zugeteilten Tisch Platz. Von ihr aus hatte man einen unglaublich panorama Blick auf die Bergkulisse. Vorausgesetzt, sie war nicht Wolkenfang. Doch nur am ersten Tag konnten George und Elisabeth den Ausblick genießen. An den darauffolgenden Tagen war nichts außer eine weiße Wand zu sehen. Und so auch heute. George war erleichtert, als er auf der Karte das Schweinefilet-Gericht gesah. Na, da hat ja heute jemand Glück gehabt, was? Fragte sie schnippisch. Ja, ich kann mein Glück kaum fassen. Er spielte mit den kleinen Tischkärtchen, auf denen die Aufschrift Mr. und Mrs. Chandler stand, als er den Kellner herannahen sah. Ah, da kommt ja unser kleiner Gnom Gabor. Ach, sprich nicht so, George. Was denn? Er ist nicht größer als ein Däumling. Jetzt mußte sie lachen. Psst, er kommt. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun, heute Abend? Fragte Gabor. Sein osteuropäischer Akzent war deutlich hörbar. Ah, guten Abend, Gabor. Wie geht es Ihnen? Elisabeth übernahm die Bestellung, da George kein Deutsch konnte. Gut, danke. Weiter. Was kann ich? Schon gut, schon gut. Wir nehmen das Schweinefilet und dazu bitte ein Bier für meinen Mann und für mich eine Cola Light. Gut, vielen Dank. Als Gabor ging, fragte George. Na nu, heute kein Wein? Nee, heute ist mir nicht so nach Alkohol. Kopfweh? Nein, nein, alles in Ordnung, sie lächelte. Na, hoffentlich bringt er heute das richtige Essen. Ach, du meinst wegen gestern? Er hat einfach die Tischnummern vertauscht. Sowas kommt vor. Er gibt sich immer solche Mühe. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Er ist fahrig und ungeschickt. Du würdest es gewiss auch nicht besser machen. Kann schon sein, aber dafür werde ich auch nicht bezahlt. Ich finde ihn süß. Er ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020